Hallo, hier ist der Martin von Mannemankies, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 31.05.2022, damit den letzten Handelstag im Mai. So, und zum Montag hat unser DAX auf jeden Fall erstmal, ich sag mal, die Erwartungshaltung getroffen und deswegen ist hier der kleine Knurps oder Knurpsinn oder wie auch immer noch relativ optimistisch unterwegs und da kann ich auch erstmal nicht so viel daran auszusetzen oder generell nicht aussetzen, denn wenn wir mal zurückgehen in die Erwartungsseite für gestern, haben wir gesagt, es ist US-Feiertag, der DAX ist erstmal in einer guten Aufwärtstrendbewegung, ist gut unterwegs, könnte jetzt hier bei 600 mal noch das nächste Ziel anschlagen und wenn er es so macht wie häufig, dann stößt er dort direkt früh gleich ran, vielleicht sogar mit einem kleinen Aufwärtsgap und schiebt dann den ganzen restlichen Tag zur Seite und genau das haben wir gesehen. Ja, also letztendlich das exakt das gewesen, was wir gesehen oder sehen wollten für das politische Szenario. Als negatives Szenario war ja, dass er direkt umkippt, zurückläuft, sich zurücktrudelt, 3.50, 3.60 und 2.70 da wieder zurückholt und so weiter, das hat er nicht getan. Das heißt, wir sind erstmal noch in der aktiven Aufwärtsbewegung, die natürlich sich jetzt hier noch fortsetzen kann. Man sieht, dass das Bollinger-Band anfängt, sich ein bisschen zur Seite zu drehen. Das heißt, es wird einen Widerstand hier ergeben im Bereich um 7.40, 7.50. Das wird besonders interessant, weil ja dort das Gap beginnt, ne, sogar ein bisschen höher, bei 7.90 beginnt das erst und endet bei 8.60 und was der DAX ganz gerne mal macht, ist einfach so vor so einem Gap-Close wegzudrehen. Hat er ja hier unten auch gemacht, das hat er auch unten immer mal wieder an bestimmten Punkten oft gemacht, das einfach so von Gap-Kanten rüber springt. Deswegen würde ich sagen, zum Dienstag könnte ich mir vorstellen, dass wir über der 600 mal drüber gucken oder also grundsätzlich mal über die 600 drüber gucken und schon mal anfangen, so die ersten Stationen abzuklappern. Ja, gerade so eine 6.90, 700, das wäre ganz interessant. Das sind auch runde Marken, die der DAX gerne mal nimmt. Also die 700er-Marken sind immer ganz gerne genommen, egal auf welchem, 1000er, ja, der reagiert jetzt immer mal kurz ab. Das heißt, wir haben 6.90, 700, so ein nächstes größeres Ziel und dann eben hier auch so diese 7.90 halt, ne, also diese Gap-Kante, ja, mit dem Bollinger-Band, ich kann jetzt, wenn der jetzt hier so reinkommt, das wird, das wird bestimmt um 7.50 ziehen. Also ich würde nicht denken, dass er vielleicht an einer 7.90 dreht, sondern vielleicht an einer 7.50 dann schon. Also das heißt, wir haben da oben im Bereich um 700 dann erstmal gut Widerstand, an dem man sich durchaus aufhalten kann und auch Rückläufe ausüben kann, mehrere Rückläufe. Ja, und Dienstag, die können auch ordentlich mal ins Kreuz treten. Wir hätten hier unten jetzt noch Support auf der 500, auf der 4.60, ne, das wären die Gap-Close zum letzte Woche Freitag. Die können da beide noch holen, das wäre eine Unterstützung und natürlich auch von oben dann in eine 5, ja, 5.90 bis 600 als Unterstützung, auch nochmal. Ja, das heißt, wenn er von hier oben von der 700 ein bisschen reingekickt wird, schön nach unten angetreten wird, dann kann der durchaus bis hier und auch locker bis hier zurücktreten. Ja, das würde ich schon so im Bild behalten. Was müsst ihr machen, um oben rauszukommen? Müsst ihr eigentlich kleine Kerzen bauen, ne, vielleicht eine schnelle Eröffnungskerze und dann einfach Stunde für Stunde für Stunde sich höher drücken, ja, ohne großartig viel Bewegung zu machen. Das reicht, wenn der auf eine ganze Stunde dann 20 Punkte zurückläuft, 25 wieder hoch, in der nächsten Stunde wieder 20 runter, dann wieder 25 hoch, in der nächsten Stunde wieder 20 runter, dann mal 40 hoch und dann einfach sich so hier am Band durchfressen bis in diese 8, 30, 8, 60 rein, die ja dann wirklich Relevanz hat, einfach weil dann hier der Gap-Close kommt. Ja, aber so an sich, Bewegung ist erstmal noch aktiv, hat auch hier noch ein bisschen Platz. Deswegen würde ich sagen, Tendenz ist erstmal noch aufwärts. Sollte er wieder erwartend zum Dienstag aber ins Stauern kommen, doll abwärts kippen und dann sind wie gesagt 500 und 4, 60 relativ wichtig als Support und wenn die nicht halten, kann das wirklich tief zurücklaufen. Na, also eher so, weiß nicht, ich würde mich eher wohlfühlen in so einem Bereich von 2,50 bis 1,80 zu sagen. Das wäre dann wieder ein richtig interessanter Bereich, wo dann sicherlich auch einige Käufer mit Stützungskäufen dann halt zuspringen. Na, das heißt, wenn der zum Dienstag hier den Rohrkrepierer macht und wirklich schwächer reinzeigt, gar nicht über der 600 irgendwie rumeiert, dann könnte ich mir sogar im Zweifel vorstellen, dass er wirklich deutlicher abgegeben wird halt. Und hier zu 2,70 bis 1,80 sogar runter kann. Dann vielleicht nicht unbedingt gleich am Dienstag, aber es würde trotzdem passen. So auch von der Bewegung her kann man hier ordentlich angeschmatzt. Wir haben es ja die letzten Male immer wieder gesehen, wie er immer wieder nach unten abgewehrt wurde, auch wenn er gut nach oben ankam. Ne, das würde ich nicht außer Acht lassen. Das sind ja alles die gleichen Niveaus. Guckt mal, ne, es war auch hier eine 14.600, von der es den DAX runtergeprügelt hat. Das war auch nur ein Tag. Ne, 21., 22. Ne, das war hier der eine Tag, wo es gedreht hat. Boah. Ja, würde ich, würde ich, würde ich aufpassen. Also wie gesagt, so 500, 4,60 ist für mich noch so Supportzone. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach rein geht, also gerade wenn es so früh bloß so kurz so reinschmatzt und dann schnell wieder nach oben ankontert, dann ist das eine super Unterstützung, die auch locker neue Tageshochs und Verlaufsucht dann erzielen kann. Aber wenn er dann auch so tiefer geht, unter 4,45 ist für mich dann eher so 270, 280, eher 270 Richtung 280 da unten. Ne, dann interessant. Das heißt, ich würde dort dann tatsächlich Long-Positionen eher zurückbauen, kurzfristige Short-Positionen suchen, in die Bewegung rein und dann gehe ich aber davon aus, dass wir auch hier aus, sollte das so wirklich so kommen, dann nochmal hochdrehen. Aber das ist das negative Szenario, das aktiviert sich grundsätzlich überhaupt erstmal, wenn er zum Dienstag abwärts läuft, wenn er gar nicht abwärts läuft zum Dienstag und einfach nur über die 600 drüber klettert, dann zurückstellen, außen vor lassen und erst dann wieder aufgreifen, wenn es dann so weit ist, weil geht er über 600, dann spielt er weiter nach oben. 6,35 dann als nächstes, dann eben hier den Bereich um 700, ja und dann hier auch so, also 6,90, 700 und dann hier so eine, nee, ja doch. Und dann die 7,50 hat man gesagt und auch hier die 7,90, naja, das sind dann alles interessante kleine Stellen, 8,30, 8,60, wo dann auch langsam mal wieder ein bisschen größere Rücksätze einsetzen dürfen. Naja, das ist ja bis jetzt relativ straight hier durchmarschiert und das sind schon ein paar gute Punkte, die er hier auf dem Buckel hat. Dann werden wir mal hier gucken, das sind schon fast 700 Punkte, die er auf der Uhr hat, fast direkt ohne Rücklauf und ich könnte mir gut vorstellen, dass von da dann auch erstmal wieder 100, 200, 250, 300 Punkte nach unten auch mal gut und gerne dann zurücksetzen können. Also zumindest auch hier von dem Gap Close. Das würde ganz gut passen. Ist aber kein Muss, das heißt nicht, dass ich jetzt hier auf Short-Suche bin, über 600 ist der Markt für mich Long-orientiert, ich würde Long-Position suchen und ich würde unterhalb von 500 oder eher mehr unterhalb von 14,45, da eher dann Short-Position suchen, Richtung 280. Gut, okay, dann mache ich hier zu, wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.